Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute startet unsere sechste Dimitex. Wir sind ganz aufgeregt. Wir haben vier Tage, die wir vollgepackt haben mit super spannenden Vorträgen zu wirklich fast allen Themen der Digitalisierung, haben ein wunderschönes, buntes Potpourri an Themen und freuen uns, dass auch so viele Besucher schon wieder da sind und unsere Vorträge hören möchten. Heute fangen wir gleich mal mit einem super spannenden Thema an. Hyper Automation and Process Intelligence. IT-basierte Datenanalyse bis zur kompletten Automation der IT. Also richtig ein sehr breit gefächertes, ein Riesenthema. Ich bin gespannt, wie Herr Jorgel und Herr Kretschmer von der T-Systems Media Solution dieses Thema in 40 Minuten quetschen wollen. Ich nehme mal an, es wird eher ein grober Überblick. Und wenn Sie dann, liebe Besucher, Fragen dazu haben, also wenn Sie sich dafür interessieren, dann haben Sie die Möglichkeit, am Stand der T-Systems in Kontakt zu treten. Da gibt es zum einen natürlich den Chat, den die liebe Frau Kunert gerade besetzt hat, wie sie uns mitgeteilt hat. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Kontaktdaten. Also wenn Sie dann Fragen haben, dann gucken Sie doch einfach am Stand vorbei. Da finden Sie ein paar Informationen natürlich und auch die Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit uns heute noch gleich Fragen zu besprechen. Und zwar haben Sie in Ihrem Dashboard, das aufgegangen ist, eine Rubrik, die nennt sich Fragen. Wenn Sie da Ihre Fragen eintippen, dann können wir die am Ende noch beantworten. Ich würde sie dann unseren beiden Referenten vorlesen und die würden die dann für Sie noch gleich beantworten. Also scheuen Sie sich nicht, tippen Sie Ihre Fragen ein. Wir freuen uns. Und jetzt übergebe ich das Wort und wünsche Ihnen allen eine spannende Zeit. Genau. Schönen guten Morgen auch von uns. Ein herzliches sonniges Willkommen quasi. Und genau, vielen Dank für die Anmoderation. Thema, was wir uns heute auf die Fahne geschrieben haben, ist das Thema Optimierung oder generell das Thema Optimierung von Prozessen zu beleuchten. Jedem ist klar, glaube ich, dass quasi die Optimierung essentiell für den Unternehmenserfolg ist und sein kann. Und was wir heute aufzeigen wollen, sicher nicht Deep Dive, ist, mit welchen Werkzeugen man Prozessabläufe in Echtzeit analysieren kann und wie man die gewonnenen Erkenntnisse beispielsweise in der Transformation der Prozesse, aber auch in der Automatisierung der Prozesse überführen kann. Und letztlich damit einen Teil der Facetten der Halbautomatisierung einfach mal diskutieren, vorstellen, diskutieren. Bevor wir starten, ganz kurz, wer sind wir? Wer ist die MMS? Enrico, magst du ganz kurz starten? Genau. Also wir sind, ich bin Enrico Jorge, bin in meiner Rolle als Portfolio-Lead für RPA ganz nah dran an der Automation und komme ganz stark über die Schiene Application Performance Management. Dort hat man ja auch über Jahre schon mit Desktop-Automation zu tun gehabt. Dort bin ich praktisch aufgewachsen. Jetzt sind die Automationen immer mehr hineingewachsen. Genau. Genau. Mein Name ist Mario Kretschmer. Ich verantworte eine Einheit, die sich seit Jahren mit dem ganzen Thema Geschäftsprozess, Beratung auseinandersetzt. Mehr dazu gleich. So, von daher, zweite Frage beantwortend, wer ist die MMS? Die MMS ist ein Projektdienstleister, eine hundertprozentige Tochter Data Systems. Und was wir dort, was wir als Unternehmen tun, ist, und dann mit 2000 Mitarbeitern, unter dem dabei helfen, ihre digitale Reise und die Herausforderung, die es dabei gilt zu meistern, anzugehen, zielgerichtet anzugehen. Und wir helfen dabei, auf der einen Seite ganzheitliche Konzentrierung über alle Touchpoints, Ende zu Ende zu beraten und umzusetzen. Wir helfen unseren Kunden aber auch dabei, die Organisation zu gestalten, Prozesse zu gestalten, dabei den Mitarbeitern in den Fokus zu setzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Thema, gerade auch in der aktuellen quasi Covid-Zeit. Und natürlich, sag ich mal, die Möglichkeiten, die sich bieten, aus der Kombination von Sensorik und IT, neue Services, neue Geschäftsmodelle für Unternehmen zu entwickeln und diese entsprechend halt auch zu etablieren und dann auch den Wandel, der damit einhergeht, zu managen. Wenn wir dort auf das Haus kurz gucken, kann man quasi sagen, dass wir in den eingangs erwähnten Kunden-Mitarbeiter-Zentierung auch andere Themen eine Rolle spielen. Wir sehen das ganz oben beispielsweise, sind wir schon jemand, der auch guckt halt, wie sieht Ihre IT-Landscape aus und ist für die Herausforderung der Zukunft gewappnet. Mit welchen Konzepten und Methoden beispielsweise die Adoption von Applikationen erhöht werden kann, wie man den Wandel halt in einem Unternehmen managen kann, wie man das Mindset der Mitarbeiter erhöhen und verändern kann. Aber halt auch, das sehen wir zum Beispiel unten, was notwendig ist, Unternehmensanwendungen im Internet zuverlässig den Kunden anbieten zu können. Und das Thema Geschäftsprozesse ist natürlich für heute halt das Kernthema. Von den Referenzen nur ein ganz kurzer Blick. Wir sind halt wirklich von großen Unternehmen bis hin zum klassischen Mittelstand unterwegs, sehen uns dort auch wirklich, sagt man, nicht als jemand, der halt nur auf das eine oder nur auf das andere schielt, sondern wir freuen uns immer, die Herausforderung der Kunden zu meistern. Und genau dieses Thema neue Geschäftsmodelle, neue Services zu etablieren, das sind so Themen, die wir bei einer Vorwerk- oder bei der Schwan Cosmetics gemacht haben. Oder eine Geräuschsteiner, werden wir nachher nochmal sehen, wo es darum ging, über Reifegradanalysen, über die Begleitung der digitalen Reise entsprechend auch Prozessautomatisierungen halt anzugehen. Wir sind ein reines Projekthaus. Das heißt also, wir haben dort Partnerschaften am Start und mit diesen Partnerschaften quasi finden wir Lösungen für die Kunden oder für die Anforderungen des Kunden. Grundsätzlich muss man aber ganz klar sagen, wir sehen uns hier nicht als Vertriebsamt von Lösungen von Vendoren, sondern wir sind jemand, der immer zuerst guckt, was will der Kunde, wo will er hin, was ist seine, was passt zu ihm. Und erst dann kommen wir eigentlich mit entsprechenden Lösungsvorschlägen um die Ecke. Ich hatte es gerade gesagt, Kunde, was will der Kunde, Enrico? Genau. Und das ist immer so die Waage, die Herausforderung, die Sie ja haben. Auf der einen Seite Ihr unternehmerischer Erfolg, auf der anderen Seite natürlich Kundenzufriedenheit für Ihre Kunden und das, was Sie zum Kunden bringen. Und da geht es auch immer darum, die drei großen Bereiche zu erfüllen. Es soll immer besser werden, es soll günstiger werden, es soll immer mehr sein, mehr Features sollen da reinkommen. Und in dem ganzen Kontext geht es natürlich darum, wie flexibel sind Dinge, wie nachhaltig sind Dinge. Gerade in Pandemiezeiten auch, wie widerstandsfähig können wir Dinge leisten. Und halten wir Leistungen global oder lokal? Letztlich müssen Ihre Geschäftsprozesse auf all diese Dinge einzahlen und hier die Waage eben dann halten an der Stelle. Wenn wir jetzt uns dem nähern, also die Automatisierung darstellen wollen, dann gibt es ja ganz viele Automatisierungstechnologien, die heute schon da sind. Die sind verfügbar und die können wir uns aus dem Kasten bedienen. Und das kann man auch sinnvoll miteinander kombinieren. Und hier sind ganz viele Schlagwörter dabei, die Sie, denke ich, schon mal kennen, die Sie irgendwo gehört haben. Continuous Integration, Delivery and Deployment, DevOps als großes Thema, Cloud ist state of the art heutzutage. Künstliche Intelligenz hält überall Einzug. Natural Language Processing, da hören wir dann noch was dazu, um menschliche Sprache zu verstehen und weiterzuverarbeiten. Und Weiterverarbeitung dann zum Beispiel mit RPA. Also es sind alles Einzelmodule. Jetzt geht es darum, wie kann man die sinnvoll eben kombinieren. Und das ist genau der Einsatz, den Enrico dort letztlich halt, sag ich mal, angefangen hat aufzuzeigen. Also was wir wollen, ist wirklich Kunden Ende zu Ende quasi Geschäftsprozesse zu beraten, sodass es für sie Mehrwerte bietet, aber gleichzeitig halt die state of the art Technologien halt zu nutzen, um damit genau diese Mehrwerte halt zu generieren. Wenn wir uns jetzt mal diesen Kreis anschauen, von rechts oben nach quasi links oben gehend, ist es so, dass halt typischerweise ein Kunde halt erst mal seine Prozesse analysiert. Es gibt halt entsprechende Werkzeuge, die bestimmte Plattformen mitbringen, beispielsweise aus dem Bereich der Automatisierung, aber halt auch entsprechend etablierte Tools. Mit diesen Erkenntnissen habe ich dann halt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe halt in die Modellierung meiner Sollprozesse rein, das sind wir bei dem Stichwort BPM, oder halt ich gehe in das ganze Thema Automatisierung von Prozessen rein. Da haben wir grundsätzlich auch zwei Wege, entweder über eine Backend-Automatisierung oder eine Frontend-Automatisierung. Wir werden gerade das Thema Frontend-Automatisierung vielleicht nachher noch mal ganz kurz diskutieren. Wir sind dazu, dass es darum geht, auch zu gucken, wie kann ich quasi die Performance der Prozesse halt überwachen, wie kann ich dort entsprechende Erkenntnisse generieren, die mir wieder letztlich bei der Modellierung und weiteren Automatisierungsansätzen entsprechend helfen. Wir sehen oben rechts Celonis als vielleicht, ich sag mal, der Vertreter schlechthin im Process Mining aktuell. Und es ist halt so, dass dieses Thema noch relativ neu ist, wenngleich Celonis ungefähr seit zehn Jahren am Markt ist. Und was man aber auch merkt, das ist ja jetzt bei dem Thema SAP, hat die Übernahme von Signavio angekündigt, dass genau dieser Markt gerade eine unheimliche Dynamik entwickelt. Aber was steckt darin, da warum genau solche Käufe? Wir sehen auf der nächsten Folie ein Stück weit genau das Thema, dass halt Unternehmen entsprechend Geschäftsprozesse haben. Die sind halt, jeder weiß das, entsprechend fragmentiert, über Jahre gewachsene Technologielandschaften. Aber halt, sie bilden eigentlich nicht zu 100 Prozent halt wirklich die Ist-Geschäftsprozesse ab, nicht die Ist-Geschäftsentwicklung. Das heißt also wirklich, sie haben, sag ich mal, Applikationen, die kommunizieren miteinander, aber die sind halt schwer an Veränderungen anpassbar. Nehmen wir jetzt jetzt mal so einen typischen Lead-to-Cash-Prozess heraus, den kann sich vielleicht jeder ganz gut vorstellen. Das ist so, dass ich halt, sag ich mal, in der frühen Phase halt klassische Marketing-Automation-Tools habe. Gibt es entsprechend große Anbieter, mit denen wir in der Lage halt Kunden anzusprechen, auf Services von meinem Unternehmen aufmerksam zu machen. Dann sag ich mal, fange ich einen Kunden ein oder es gelingt mir, ein Interesse zu wecken und der Kunde wird dann entweder durch einen direkten oder indirekten Vertriebsprozess weiter begleitet. Es gelingt mir, ihn halt zu einer Transaktion zu bewegen, also zu einem Kauf. In dem Prozess spielen vielleicht auch noch komplexe Konfiguratoren eine Rolle. Ich habe im Aftersales, also nachdem der Kunde gekauft hat, verschiedene Applikationen, vielleicht sogar noch je Kontaktkanal eine andere. Und Sie sehen schon, wenn ich das jetzt dann auch fortführen würde, Richtung einem ERP oder Richtung einer Finanzbuchhaltung, dass dort unheimlich viele Applikationen eine Rolle spielen, die halt über Jahre gewachsen sind und dann kamen, bleiben wir jetzt mal bei der Gegenwart, Covid-19 und auf einmal verändern sich halt Marktparameter, Kaufentscheidungen oder halt auch generell der Kauf von bestimmten Services halt in den Kanälen rapide. Und das ist genau der Punkt halt, wie gehen Unternehmen damit um? Und genau dieses, wie gehen damit um, bedeutet in der Regel, dass in der IT vielleicht Veränderungen angeschoben werden. Die führen dazu, dass halt bestimmte Applikationen halt verändert werden, Prozesse verändert werden. Sowas dauert in der Regel aber einen längeren Zeitpunkt. Und richtig klare Erkenntnisse, wo man anfangen soll, gibt es eigentlich nicht. Das heißt also, wer ist derjenige, der halt das Problem löst? Das ist in der Regel der Mitarbeiter, der anfängt, weil er verantwortungsbewusst handelt, und ich sage mal so schön Bypässe baut. Das heißt, er wird eigentlich genau diese Probleme in den Ausführungslücken, so nennt ich das, heilen und damit den Workflow, den eigentlichen Workflow aufrechterhalten. Man kann also wirklich sagen, Unternehmen geben Millionen, Milliarden für Software aus, um wirklich Prozessketten IT-gestützt abzubilden. Aber eigentlich wissen sie nicht, wie gut sie es tun, beziehungsweise halt, ob das wirklich, wie viel Potenziale vielleicht in den Verbesserungen noch dort liegen. Und das Thema SVH-Transformation treibt auch viele Unternehmen um. Auch dort beobachten wir genau dieses Thema. Das heißt also, zu anfassen kann man sagen, dass sowohl Unternehmen quasi, als auch die Geschäftsprozesse als solches, nur mit einer Teilkapazität dessen, was eigentlich an Leistungsfähigkeit der IT da ist, überhaupt ausgeführt werden. Und genau diese Ausführungslücken kann man quasi Stand heute nicht oder nur sehr schlecht messen. Und darum geht es letztlich beim ganzen Thema Process Mining. So, auf die nächste Folie geguckt. Wie geht jetzt denn eine Celonis an der Stelle ran? Wie gesagt, überhaupt nicht Deep Dive. Einfach nur mal schematisch erklärt. Celonis ist Marktführer an der Stelle, hat entsprechend, ich nenne es jetzt einfach ganz Apps. Mit diesen Apps ist man in der Lage halt, sich auf die Bestands-IT zu koppeln. Und quasi, wir sehen es auf diesem Bildschirm-Chart auf der linken Seite, entsprechend eine Prozessanalyse halt zu realisieren. Und mit diesen Erkenntnissen, ich sage jetzt mal einfach, einen digitalen Zwilling des Prozesses quasi anzubieten, dem Anwender, dem Analysten. Und mit diesen Erkenntnissen, die ich daraus sammle, kann ich entsprechend, das sehen wir dann halt auf der rechten Hälfte des Displays, Prozesslücken aufdecken und eine entsprechende Ursacheanalyse betreiben. Ich habe halt riesige Datenmengen, die ich halt mit intelligenten Algorithmen analysieren kann und wirklich problematische Abweichungen quasi identifizieren kann. und jetzt an der Stelle wirklich mit der Behebung der Prozessschritte oder mit der Prozessschritte anfangen kann, wo ich die größten Abweichungen habe, wo ich also scheinbar das größte Potenzial habe, um dann halt zu handeln, die Optimierungen entsprechend über entweder Bordmittel von einem Mining-Tool oder aber über nachgelagerte Tools halt anzustoßen. Wir als Telekom selber, das denke ich mal, man ist mal die beste Referenz selbst, nutzten Celonis bereits seit mehreren Jahren und haben natürlich dort auch angefangen, halt entsprechende Prozessabläufe zu analysieren und dann entsprechende Rückschlüsse, Verbesserungen zu ziehen und haben dort natürlich mit einem klassischen Einkaufsprozess angefangen, um dort halt wirklich mit hohen Transaktionen oder Prozesstransaktionen relativ schnell große Mehrwerte zu generieren, sind aber inzwischen deutlich stärker auch in den Kernprozessen des Unternehmens unterwegs, wie beispielsweise den Entstörprozessen, die wirklich die Techniker draußen im Feld tangieren. Abschließend an der Stelle vielleicht noch quasi ein Satz, wenn dort an der Stelle Interesse besteht, das ganze Thema mal zu vertiefen, sprechen Sie gerne mit uns. Wir würden schon sagen, dass wir dort an der Stelle alle möglichen Prozesse, die nächste Folie bitte, Enrico, alle möglichen Prozesse halt quasi entsprechend kennen, viele Applikationen kennen und wir helfen Ihnen wirklich von dem Aufsetzen oder generell von dem Analysieren, wie geht man mit so einem Thema im Unternehmen vor, wie kann ich relativ schnell eine Proof-of-Value fahren, also wirklich auch zu gucken, welche Mehrwerte bietet mir der Einsatz von solchen Technologien und im zweiten Schritt auch Werkzeugen und wir helfen Ihnen natürlich dann neben der eigentlichen Prozessverbesserung auch, wie ich es eingangs auch erwähnt hatte, schon genau das ganze Thema Mindset, Kulturwandel mit zu begleiten. So und von daher würde ich auf die nächste Folie gehen und den Kreis weiterrücken und dadurch, dass das Thema BPM ich denke den meisten bekannt sein dürfte, würde ich das für heute ganz kurz ausklammern und würde damit eigentlich sagen, eine der weiteren Möglichkeiten mit den Erkenntnissen innerhalb Prozessverbesserung zu beheben ist das Thema Automatisierung und an der Stelle würde ich den direkt in Richtung Enrico übergeben und vielleicht zur Brücke auch an der Stelle der Telekom selbst, hat es vorhin gesagt, Selbstreferenz ist mit aktuell 4.500 Bots selber dabei halt entsprechende Prozess oder Teilprozesse zu automatisieren. Was das bedeutet, wie man dort rangeht, wird Enrico jetzt ganz kurz zeigen. Genau. Ja, das ist praktisch so der linke Bereich Implementierung und Monitoring, dem ich mich jetzt nochmal nähern möchte und da wollen wir einige Sachen mal rausgreifen. Sie sehen ja unten einige Vendoren, Service Dress, Semus Suite, UI Pass, Automation Anywhere, um nur einige zu nennen und dann oben auch die klassischen, die man vielleicht aus dem APM-Bereich kennt, kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Genau. Ich möchte zunächst mal ein Modul rausgreifen in die legende Dokumentenverarbeitung. Also worum geht es hier? Also praktisch geht es darum, wir haben im Unternehmen immer noch viel damit zu tun, irgendwelche Dokumente irgendwie auszulesen und brauchen die Daten, die da draufstehen, die automatisiert weiterverarbeitet werden müssen oder überhaupt weiterverarbeitet werden müssen. Das ist in der Regel recht aufwendig. Wenn ich jetzt daran denke, Rechnungsprüfung zum Beispiel im Bereich Finance ist immer ein Riesenthema und da kann eine Rechnung in verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Wegen eben eingehen und meistens wird das Problem, dass man gar nicht hinterherkommt. Und dann ist es ein unstrukturierter Wust, jede Rechnung sieht anders aus und wie kann man dem jetzt praktisch entgegenwirken? Und da gibt es Lösungen, das ist bei uns ein Modul, das nennt sich Semus Suite, das haben wir als MMS selbst entwickelt und das macht eben eine automatische Klassifizierung von Dokumenten und dann auch eine automatische Datenextraktion von diesen Dokumenten. Und was wir damit erreichen, ist relativ klar. Wir sind damit schneller, weil wir müssen nicht jedes Mal eine Dokumentstruktur uns eindenken, sondern es werden uns die Daten ausgezogen. Es wird erkannt, was der Kunde eigentlich will, vielleicht auch bei einem Dateneingang. Worum geht es hier genau? Wo muss ich das genau hinruten? Damit bin ich auch fehlerfreier unterwegs. Ich muss nicht Daten manuell übertragen, sondern ich kann das automatisiert eben ablesen und kann damit natürlich besser skalieren. Und ich kann es mir auch überlegen, ob ich diesen Prozess nicht bei mir halte. Das muss ich vielleicht dann gar nicht mehr auslagern, sondern es kann ja automatisiert auch ein IT-System bei mir passieren. Und wenn man das jetzt mal ganzheitlich denkt, also ich hatte es gerade schon so angerissen, wie kommen Dokumente bei Ihnen rein? Das kann natürlich elektronische Post sein, das kann ein Brief sein, der auf richtig noch als Papier kommt. Da haben Sie vielleicht ein Chatbot oder Mitarbeiter im Service, die mit dem Kunden sprechen und da irgendwie auf dem Weg Dinge entgegennehmen. Das Ganze müssen Sie ja irgendwie in eine Form bringen. Bei Papier wird das erst mal mit OCR gescannt. Dann haben Sie praktisch ein Briefdokument. Dann müssen trotzdem die Daten ja noch irgendwie einlesen. Bei elektronischer Post haben Sie es schon elektronisch, aber nicht strukturiert. Genau das gleiche Problem. Bei Speech-to-Text hätten Sie auch erst mal den Text, ist natürlich da, aber Sie müssen noch klassifizieren, worum geht es denn hier jetzt in dem Text? Was will ich damit machen? Genau das kann so eine SEMA-Suite eben leisten. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal live, dass man eben aus unstrukturierten Daten immer die gleiche Struktur schafft. Und dann haben Sie natürlich die Chance, das auch automatisiert weiter zu verarbeiten. So ein Robot, so ein Robotik-Process-Automation, für den ist ja eine zwingte Eingangsbedingung, dass der immer Daten gleich empfängt. Sonst weiß der auch nicht, was er damit machen soll. Und er wird die fehlerfrei bearbeiten, aber da braucht die immer in der gleichen Form, sonst kann er das nicht bearbeiten. Wenn er die immer gleich bekommt, dann ist das für ihn ein Riesenmehrwert. Und wir haben dann eine gute Kombination aus einer intelligenten Dokumentenerkennung, Datenextraktion, und eben eine Robotik-Umsetzung. Das ist zum Beispiel sehr greifbar an der Stelle. Wenn dann der Robot natürlich den Prozess durchläuft, dann kann er natürlich auch hinten wieder die Output-Daten irgendwie in eine Unternehmensanwendung zurückspielen oder wieder in Kommunikation mit Ihnen als Unternehmen oder Mitarbeitern treten und dann auf dem Weg wieder die Daten herausliefern aus dem Prozess. Also das wäre so eine Kombination. Das wäre jetzt mal ein Stück live. Das will ich Ihnen mal zeigen, wie das geht. Also ich habe jetzt hier mal eine Rechnung. Ich hoffe, das sieht man. Ich mache die noch etwas größer. War ich 2019, nee, im Januar 2020 war ich mal in Linz. Und das habe ich praktisch für meine Dienstreiseabrechnung mal einscannen müssen, das Dokument. Und Sie sehen, das ist jetzt, ich kann ja nicht den Text auswählen, also das ist nicht textlesbar, sondern das ist wirklich ein Bilddokument. Und es ist so halb gut, würde ich jetzt sagen. Also man kann das erkennen, aber die Bereiche sind doch schon, man muss schon genau anschauen, dass man hier die Kontraste noch sieht. Und wenn Sie das jetzt automatisiert für eine Reiseabrechnung praktisch verarbeiten wollen, können Sie zum Beispiel eben so eine Texterkennung benutzen. Und das ist hier so eine Demo von der SEMA Suite beispielsweise. Ich würde jetzt hier das PDF reinziehen. Das ist im Prinzip auch ganz einfach. Ich nehme mir diese PDF her, ziehe ich so hin, per Trick und Drop, lade die da ab, drücke auf Absenden, dann rödelt der einen ganzen Moment. Das will ich Ihnen jetzt nicht antun. Das dauert hier auf der Demo-Applikation schon mal eine Weile. Die ist jetzt nicht so stark ausgestattet. Ich habe aber die gleiche Rechnung hier noch mal ein Fenster offen. Und Sie sehen das hier. Ich muss ein bisschen scrollen. Das ist jetzt nicht mehr so schön auf einem A4-Erkennbar von Menschen. Aber Sie sehen es, er hat aus dem Bild, hat er mir Texte gezogen. Und das ist in dem Sinne schon erstmal ganz viel wert. Weil jetzt kann ich es irgendwie maschinenlesbar weiterverarbeiten. Und er hat die ganze Rechnungsnummer und was weiß ich, was es alles braucht, steht eben hier drauf. Ist zunächst erstmal OCR. Er hat mir das Bild verwandelt in Text. Und dann kommt noch die nächste Stufe, dass er mir das strukturiert. Und das funktioniert dann so, dass es eben feste Annotatoren gibt. Das heißt, Daten, die er erkennt auf der Rechnung, werden immer mit dem gleichen Kennzeichner rausgelesen. Zum Beispiel hier IBAN-Token. Der findet sich nämlich auf der Rechnung hier ganz unten. Wenn ich da mal hinscrollen. Ich kann dann hier so markieren. Da wird immer gleich erkannt. Und dann kommt hinten ein JSON oder ein XML raus. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Und immer in diesen Files steht immer an der gleichen Stelle mit dem gleichen Bezeichner IBAN-Token drin oder Issue Date oder eben auch Payable Amount, was dann der Gesamtvertrag der Rechnung ist. Hier in dem Fall die 82 Euro. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie können das ganz einfach immer auf diesen Service schieben mit einer Restschnittstelle und bekommen immer mit gleichen Annotatoren das zurück, dann können Sie das super mit einer RPA-Umsetzung weiterverarbeiten. Das ist genau die Umsetzung, die man braucht, die intelligente Kombination von Technologien, die für uns Cyberautomation bedeutet. Genau, das ist vielleicht ein kleiner Live-Ausflug an der Stelle. Hier möchte ich auch noch auf drei Referenzen von uns eingehen. Das eben Gezeigte haben wir zum Beispiel bei Laser aufgebaut. Die benötigten eben die Datenextraktion als Dokumenten und wollten die dann mit einer Robotik-Lösung eben weiterverarbeiten. Das ist genau dort zum Einsatz gekommen. Das zeigt auch, dass diese Module sehr gut im Einzelnen kombinierbar sind. Also wir müssen nicht immer das komplette Portfolio bei Ihnen hinpacken, sondern wir gucken, was Sie brauchen und ergänzen das, was Sie brauchen. Das ist hier die Botschaft an der Stelle. Das in der Mitte ist E-Plan. Dort haben wir einen Robotik-Service aufgebaut aus der Cloud. Das bedeutet, dass es wirklich eine RPA-Plattform gibt, die in der Cloud läuft als Service und es wird dann im Kundennetz bei Ihnen ein Roboter angeschlossen und auch ein Designstudio, wo man den Prozess kreiert, angeschlossen gegen die Cloud und dass Sie das nicht mehr alles als Komponente bei sich halten müssen. Da gibt es eben Cloud-Dienste, um das zu tun. Das kann man sogar so weit treiben, dass man sagt, man hat einen Roboter, der ist geshared über mehrere Mandanten oder Kunden und Sie transferieren Arbeitspakete in die Cloud und bekommen Ihre Ergebnisse zurück. Sie brauchen natürlich dann die Use-Cases, die das hergeben, aber wenn Sie zum Beispiel ein anderer Kunde von uns hat im Einkauf ein System, was er noch nur als SaaS-Service benutzt, also aus dem Internet bedient, das steht auch nicht bei ihm im eigenen Netz und auf dem System kann er natürlich super automatisieren und das kann er dann auch mit einem Cloud-Roper tun. Das heißt, der muss sich überhaupt nichts mehr hinstellen und kann eine APA-Cloud-Lösung direkt als Service beziehen und trotzdem diese Technologie nutzen. Also das ist auch eine Richtung, in die man denken kann. Das geht in diese Richtung eben. Und die dritte Referenz, das hatte der Mario Kretschmer vorhin schon mal kurz angerissen, das ist bei Gerolsteiner, wo wir eben gesagt haben, die Gerolsteiner wollte eben auch eine APA-Plattform implementieren und dort haben wir uns überlegt, was macht Sinn und für den Kunden war es eben sinnvoll, auf Open Source mit Python eine Plattform aufzubauen für 200 Prozesse und eben mit einem Open Source-Ansatz das zu unterstützen. Also auch hier in alle Richtungen gedacht, es gibt die Branchen-Primusse und es gibt natürlich auch schmale Ansätze, wo man sagt, hier haben wir noch eine andere Antwort, wenn wir Richtung Open Source denken, beispielsweise. Genau, und um jetzt noch mal den Bogen ein Stück weiter zu kriegen, das war zum Ausflug Text-Extraktion, Daten-Extraktion und Robotic Process Automation, wenn wir jetzt noch auf den oberen Block kommen, links oben, wo wir gesagt haben, Monitoring, und Monitoring ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff und hier gibt es auch ein Stück weit eben, dass das so konvergiert an der Stelle, also es gibt dort die traditionellen Dinge, wo man sagt, wir haben die Test-Automation, wir haben Application-Performance-Management, wir haben Business-Intelligence-Systeme, das sind unter einem ganz anderen Aspekt dieselben Technologien genutzt, die ja auch mit Desktop-Automation arbeiten und die Lösung, die jetzt zum Beispiel Arbeitsprozesse automatisieren, Robotic Process Automation, das konvergiert eben zum Teil, jetzt UiPath zum Beispiel ist in allen drei Bereichen vertreten und die starten am Eingang mit Prozess-Mining beispielsweise, machen Robotic Process Automation, also Arbeitsprozesse automatisieren, bieten aber auch die Möglichkeit, dann eine Test-Automation als Modul mitzubeziehen und viele gehen eben auch in die Richtung, auch den Service-Trace ist dort genauso oft gestellt als Lösungen, die wir mit vertreten und haben wir natürlich in dem Bereich auch klassische, die großen, Deine-Trace-Trace-Sendet für Test-Automation. Genau und aus dem letzten Block möchte ich auch noch ein paar Beispiele rausgreifen und Ihnen noch ein paar Dinge zeigen. Zum einen intelligente Test-Automation, Test-Automation, ich denke Test-Automation ist soweit relativ klar, also es geht darum, funktionale Tests für Applikationen zu machen, aber das nicht mehr manuell, sondern ich will das automatisieren. Das ist auch in dem Sinne etwas, was schon lange existiert und etabliert ist und auch das Modul wird aber weitergedacht. Also hier kann man auch mit intelligenten Ansätzen rangehen und das machen die Kollegen bei uns in einer Abteilung, die sich explizit mit Test-Automation befasst und die denken das in dem Sinne weiter, dass man sagt, wie kann ich denn intelligent meine Automatisierung weiterentwickeln. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Webshop testen, wird der ja immer gleich zu testen sein. Im Webshop ist wichtig, dass Sie dort Produkte suchen können, dass Sie die bestellen können und hinten irgendwie mit irgendwelchen angeschlossenen Zahlungssystemen arbeiten. Das ist in jedem Webshop gleich. Das heißt, auch der Testprozess wird immer der gleiche sein in jedem Webshop. Und jetzt kann natürlich mit einer intelligenten Lösung da rangegangen werden und der sucht sich praktisch die Links, die konkret in diesem Webshop zu klicken sind und versucht, diese Kette automatisch zu erstellen. Das heißt, die Skripte für die Test-Automation erstellen sich selbst. Also das ist so die Idee dahinter, um das noch weiter zu optimieren und noch günstiger zu machen. Test ist ja auch letztlich als Qualitätssicherung ein teures Element und damit kann man das natürlich noch günstiger machen an der Stelle. Das ist an der Stelle eine Automation der Automation, wenn Sie so wollen. Das wird auch manchmal so gesagt. Genau. Aus dem letzten Bereich Intelligentes Monitoring. Es geht noch mal ein Stück in das Betriebliche hinein. Also wenn es darum geht, wir haben wirklich klassisches IT-Systemmonitoring. CPU-Speicher wollen Sie überwachen und dann auch die oberen Schichten hin zur Datenbank, hin zur Applikationsserver, hin zum Webserver. Und es gibt da ja auch ganz viele Lösungen, die das als Insellösung eben betreiben. Und der Trend hier ist eben, dass es Lösungen gibt, wie zum Beispiel die Dynatrace. Und das ist dann wiederum eine Plattform, die das ganzheitlich anbieten will. Und das bedeutet, dass man zum einen gar nicht mehr auf jede einzelne IT-Komponente sein Monitoring-Agenten ausrollen muss und entscheiden muss, ist es ein Linux oder eine Datenbank oder ein Windows und ich muss mich entscheiden, welchen Installer ich nehme, um dort eine Überwachung aufzubringen, sondern dass ich einen sogenannten One-Agent ausrolle und der kennt automatisch, was er ist. Also ich bin eine Datenbank, ich bin Web-Server, eine Applikations-Server und setze dann die Messführer, die dafür gebraucht werden und bringt das alles in eine Messplattform rein. Und im zweiten großen Schritt wird dann aus allen Komponenten, die existieren, die relevanten Dinge eben konsolidiert. Das heißt, man spricht dann nicht mehr von Einzel-Inzidenz oder Events, sondern es wird alles zusammen betrachtet. Sie sehen es hier unten so ein bisschen angedeutet, links unten in diesem Chart. Ich habe jetzt hier keine Live-Demo, ich glaube, das wird in der kurzen Zeit zu weit führen, aber man sieht hier so die Komponenten, Easy-Travel, so eine Applikation praktisch, das ist der Applikations-Server und dann ist da ein Web-Server drin, ein Apache, ein Tomcat, ein PHP-Framework, etc. Und über all diese Komponenten wird geschaut, bei einem konkreten Problemfall, wenn jetzt zum Beispiel eine Webseite langsam wird, was war beteiligt denn an diesem Problem? Und dann kann man das immer sehr schön zurückführen auf die eigentliche Ursache. Und es gibt dann, das müssen Sie sich vorstellen, wie ein Video, Sie sehen hier so einen Play-Button, so ein Problem-Evolution-Report und Sie drücken dann drauf und können abspielen, wie sich das Problem entwickelte, immer mit den Hinweisen, aus welchen Bereichen hier Probleme aufgetreten sind und wie das Problem auch letztlich wieder abebte. Und das macht es Ihnen natürlich in der Fehleranalyse super einfach, hier an den Kern des Problems zu kommen. Also das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Genau, also das ist so ein grober Ausflug, wie sich auch so betriebliche Monitoring-Lösungen, Application-Performance-Morning-Lösungen eben intelligent weiterentwickeln, wie man das kombinieren kann. Genau, hier würde ich gerne mal an dich übergeben, um ein kurzes Fazit zu ziehen. Ein kurzes Fazit, sehr gerne als Überleitung in die Diskussion hinein. Wie Sie gemerkt haben, gehört und gelesen, das Wort Hyperautomatisierung, mit dem sind wir recht sparsam umgegangen. Und letztlich handelt es sich nach unserer Einschätzung um einfach eine Klammer um viele etablierte, aber auch neue, innovative Werkzeuge, die es wirklich ermöglichen, Komplexitäten von Prozessen zu beherrschen, ganzheitlich zu beherrschen Unternehmensprozesse damit wirklich nachhaltig nach vorne zu bringen, zu optimieren, damit zu verbessern und Sie als Unternehmen halt auf die zukünftigen Herausforderungen halt vorzubereiten. Das ganze Thema wird wirklich erst durch diese Orchestrierung, Kombination der Technologien relevant, spielt erst dadurch seine Stärke aus. Das war ja auch genau das, was der Enrico Jorge beispielsweise durch diese Kombination von Simmer Suite mit Automatisierungsansätzen beispielsweise auch, denke ich, sehr gut dargestellt hat. Da kommen dann aber noch Aspekte rein, wie künstliche Intelligenz, wie NLP, MLP, also viele Themen, die dort mit reinspielen und vielleicht der letzte, vielleicht entscheidende Punkt auch aus einer Unternehmensperspektive, all das, was man hier tut, es tut es quasi schon operativ, es ist belastbar und Unternehmen gehen nicht an die Prozesse ran, einfach aus dem Digitalisierungs-Selbstzweck heraus, sondern letztlich geht es darum, wirklich durch den Einsatz von entsprechenden solchen Technologien halt Potenziale zu heben, um damit Digitalisierungsanstrengungen halt zu amortisieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, alles, was wir hier gesehen haben, kann man halt relativ gut, relativ einfach und sollte man auch über Einsparungen halt vorargumentieren. Und Sie werden vielleicht sehr gerne nachgelagerten Gesprächen sehen, dass man das auch sehr gut kann. Und damit vielen Dank. Und genau, wir freuen uns jetzt auf eine Diskussion mit Ihnen. Ja, super. Vielen Dank, Herr Jorgel und Herr Kretschmer für den Vortrag. Wir haben auch schon spannende Fragen, die ich jetzt einfach mal vorlese, so wie Sie zeitlich reingekommen sind. Die erste Frage, ganz spannende Frage, haben Sie Erfahrung zur OCR-Auslesung von handschriftlicher IBAN und wie sind die Erfolgsquoten? Das ist in der Tat natürlich nicht so, wie wenn Sie das in einem gescannten Digital, also in einem Dokument haben, wo es in Druckschrift ist. Also das funktioniert natürlich mit geringeren Quoten. Ich kann dort gerne mal einen Kollegen vermitteln, der wirklich das auch entwickelt, der da dran ist. Der kann da wirklich mehr sagen. Ich kann die exakte Quote jetzt nicht benennen, aber die liegt definitiv darunter. Aber Kernbotschaft, es geht auch in dem Bereich was. Also auch in diese SEMA-Suite-Lösung, die wir vorgestellt haben, würden wir handschriftliche Dokumente mit reingeben. Genau. Wir haben auch einen Referenzkunden, wo wir halt im Bankenumfeld, wo halt auch genau solche Themen halt eine Rolle spielen. Es ist ein Weg, es ist ein längerer Weg als bei anderen Textinformationen, aber es geht. Okay, super. Dann gleich die nächste Frage. Ist es machbar, dass sich die RPA-Datensätze, wie zum Beispiel Vertragsinhalte, Artikeldaten, Preise und so weiter, automatisiert abholt und in unsere ERP eingibt? Genau. Also das ist auf jeden Fall machbar. Man muss immer gucken, was ist eben der Dateninput? Das ist jetzt die ganz spannende Frage. Frage, also die RPA-Lösung an sich, die kann über verschiedenste Wege sich das greifen. Die kann das von der Website abholen, aus Dokumenten rausholen, also alles, was Sie als Mensch auch fassen können und verarbeiten können, digital an Ihrer Arbeitsstation. Das wird die RPA-Lösung per se erstmal verarbeiten können und auch in ERP-Systeme eingeben können. Das wird funktionieren. Die spannende Frage ist, wie kommen Sie an die Datenrand? Und da ist auf jeden Fall zu überlegen, welchen Weg braucht es da? Ist da so eine Datenextraktions-Engine vielleicht sinnvoll an der Stelle? Und ergänzend vielleicht noch einen Satz neben der technischen Machbarkeit. Man sollte grundsätzlich überlegen, RPA ist letztlich eine Brückentechnologie. Es geht also darum, wirklich kurzfristig, schnell ein Problem zu lösen. Ist aber eigentlich immer nur der zweitbeste Weg. Der erstbeste Weg sollte eigentlich sein, wirklich über eine, wegen mir, wir haben das Thema Back-Ed-Integration auf dem Pool drauf gehabt, aber jetzt nicht vertieft heute. Irgendwann überlegen halt, ist nämlich auf Dauer gesehen halt der Back-Ed-Integration halt der bessere Weg. Aber das gilt es dann halt einfach mal in einem konkreten Case zu diskutieren. Genau, also lieber Fragesteller, wenn Sie da nochmal genauer drüber sprechen möchten, dann dürfen Sie sich natürlich gerne an die Systems wenden. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Unterstützt Ihre Testautomation, Automatisierung auch den Aufbau von Testkonstrukten? Für die Testfälle werden Testergebnisse entsprechend dokumentiert beziehungsweise Handlungsbedarfe klar ausgewiesen? Genau, genau. Also das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das ist nie nur, wir empfangen, wie muss der Test sein und führen den dann durch und lassen Sie dann Regen stehen mit den Ergebnissen, sondern das ist ein ganzheitlicher Ansatz, dass wir wirklich gucken, was für eine Testplattform braucht es. Wir arbeiten viel im Moment mit Tresentes zusammen, wir haben aber auch eine eigene Lösung, die Open Source basiert ist und wir haben auch immer den Blick auf den Markt, was für Lösungen eben da existieren. Also ein paar Service-Drages, die gehen auch in diese Richtung beispielsweise, da gibt es derlei sicher noch ganz viel Tools mehr. Also wir werden Sie auch mit Ihrer Lösung unterstützen, die Sie haben, ganz klar. Und auch wenn so eine Testautomation dann eben im Ergebnis was zurückliefert, werden wir gucken, in welche Richtung kann das gehen. Also man sieht dann vielleicht ganz schnell, es ist, wir haben noch ein angeschlossenes Performance-Problem, sollten diese Richtung gehen oder es kann aus den Framework ein Problem herauskommen. Hier sollte man nochmal mit einer Entwicklung ansetzen. Also definitiv diese Beratung, was macht Sinn, wie interpretieren wir Ergebnisse, das ist doch mit dabei. Genau. Okay, super. Dann habe ich jetzt noch eine sehr spannende Frage. Wie hoch sollte denn der Digitalisierungsgrad bereit sein, bevor Sie mit all Ihren vielfältigen Möglichkeiten weiter optimieren? Gute Frage. Ist natürlich schwer zu beantworten halt. Typischerweise würde ich jetzt sagen, ich würde erst mal, ich würde mal mit einer Ist-Analyse reingehen und mir mal einfach überhaupt selber ein Bild machen, um dort einfach zu gucken halt, wo der Kunde steht, mit typischerweise Reifegrad-Analysen für sowas, so als Werkzeug im Gepäck. Von daher, wie gesagt, man müsste die Ist-Analyse des konkreten Unternehmens kennen, um dann zu wissen halt, wo wir mit welchen Werkzeugen ansetzen können. Ja. Ja, also, was kann ich noch ergänzen? Also, ja, ich lasse es damit stehen, glaube ich. Alles gut. Ich denke, das ist ganz gut so gesagt. Man muss natürlich einmal die Ist-Analyse durchgucken, wo ist man bereits schon gut digitalisiert, wo muss noch was gemacht werden und dann kann man darauf natürlich super aufbauen. Ich bin mit meinen Fragen durch. Wir haben die Zeit optimal genutzt, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch ein Minütchen, da könnten wir jetzt noch gucken, ob was kommt, aber es ploppt bei mir nichts mehr auf. Ne? Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit. Hier kommt noch mal ein cool Dankeschön für den tollen Überblick. Das freut uns natürlich zu hören. Genau, also, dann beenden wir es für heute. Vielen Dank an die Referenten, vielen Dank an die Teilnehmer. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Montag. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn ich die Zuhörer noch in den anderen Vorträgen treffe. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.